Ich werde schon gerne wählen gehen, aber ich weiß nicht so genau, was ich wählen soll. Ich will schon wählen, aber ich habe noch nicht so viel Ahnung. Ich möchte mich noch informieren darüber. Ich gehe dieses Jahr noch nicht wählen, weil ich finde, ich habe noch nicht genug Informationen darüber. Es ist eigentlich ganz wichtig, dass auch jeder wählen gehen sollte, finde ich, weil eine Stimme kann einen echten Unterschied machen. Alles, was in der Politik und so passiert, sollte von uns aus kommen. Ich finde es wichtig, wählen zu gehen, gerade wegen der jüngeren Generation, weil ja relativ wenige inzwischen wählen gehen und gerade, weil es auch jetzt ab 16 ist. Ja, wir setzen quasi anderen Leuten in die Hand, dass sie über unser Leben bestimmen dürfen. Also sollten wir auch eine Wahl abgeben, wer das quasi machen darf. Wir sollten wählen gehen, weil jeder von uns sollte ein Recht haben, in der Politik mitzubestimmen. Ich gehe auf jeden Fall wählen, weil mich das interessiert, ich mich einbringen möchte. Es ist wichtig, da jede einzelne Stimme von uns meiner Meinung nach ziemlich wichtig ist und jeder einzelne auch eine entscheidende Stimme sein kann. Ich finde es auch wichtig, wählen zu gehen, einfach um meine Zukunft zu sichern, zu entscheiden, was in meiner Zukunft passiert. Und auch zu sagen, wen ich als Vertreter für meine Meinung haben will. Wenn jede Stimme zählt und Leute, die halt nicht wählen, diese Stimme fehlt.